Micky Blue Eyes, excuse me, wir haben 2022. Das Video mache ich jetzt ein Reloaded Make-up und zwar, oh mein Gott, ich will es mir gar nicht angucken, ich habe es mir schon so lange nicht mehr angesehen, aber schauen wir uns das doch mal an. Wieder sammeln, da bin ich wieder, mal wieder. Und zwar habe ich euch heute was ganz, ganz, ganz Besonderes mitgebracht und zwar ein dunkelblaues Augen-Make-up. Passend zu meinem Oberteil, mhm, mhm. Stopp, erstmal, in dem Video bin ich 22 Jahre alt. Update, ich bin mittlerweile 36 und werde im Januar 37. Leute, ich verstehe einfach nicht, wie die Zeit rennt. Also ich habe das Gefühl, es geht irgendwie so schnell. Als ich 20 war, war ich plötzlich 27, 33, jetzt bin ich 37, ich verstehe es einfach nicht. Schickli, schickli. Also ich finde es ganz, ganz toll geworden. Habe ich mich verändert, im Positiven oder im Negativen, das ist hier die Frage. Oh, Timer stellen natürlich. Okay, ich spule jetzt mal vor. Wir wollen aber nur 10 Minuten nicht. Und zwar ist der von Helena Rubelstein, Wanted Eyes. Das ist hier dieses Weiße. Der ist, wenn man von der Seite guckt, schimmert der so ein bisschen blau. Das klingt wahrscheinlich nicht. Okay, das würde ich jetzt so gar nicht machen. Ich würde jetzt tatsächlich anfangen, erstmal mit einem Creaser, also mit einem Crease-Übergang. Dann nehmen wir uns einfach einen Pinsel, das ist hier von Sofly Cosmetics S11. Und da würde ich das hier, ah, Make-up-Geek. Make-up-Geek gibt es ja auch nicht mehr, ne? Das ist total schade, weil ich fand die Farben, beziehungsweise ihre Produkte immer schön. Ja, nutzt einfach irgendeine Übergangsfarbe. Und für unter die Augenbrauen macht man ja eigentlich auch nicht mehr, aber dann nehme ich einen ganz leichten Schimmer Rice Paper von MAC. Ich habe auch schon mein Gesicht gemacht. Falls ihr euch für das Video interessiert, dann einfach hier klicken, wie ich das Ganze immer mache. Ansonsten machen wir jetzt einfach mit den Augen weiter. Leute, soll ich auch immer was sagen? Mein tägliches Make-up nimmt keine fünf, sechs Minuten bei mir in Anspruch. Deswegen sage ich auch, ich würde es mittlerweile gar nicht so schminken, wie ich das jetzt dort geschminkt habe. Das ist ja schon extrem, Leute, ne? Und ich finde einfach, je älter ich werde, ich weiß nicht, ob es mit dem Alter kommt, umso weniger Make-up benutze ich. Geht mich mit weniger zufrieden oder ich finde, es steht mir einfach nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, dass ich eine alte Schabracke bin oder sonstiges. Also ich bin immer noch funny, lustig, auch wenn ich mich manchmal nicht aus dieser Seite zeige, weil ich finde es manchmal so ein bisschen albern. Ich bin auch sehr albern. Also ich alber auch sehr viel mit meinem Mann zu Hause rum und wir lachen uns immer Schrott. Aber ich kann das nicht so öffentlich zeigen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist bei mir immer so schwierig, weil ich dann immer denke, die Leute denken sich, oh Gott, du bist so albern. Ja, bin ich aber. So, machen wir weiter. Ich spule einmal vor. Sie macht, Ebro macht ein Inner Corner Highlight. Mache ich tatsächlich immer noch. Liebe ich auch, wenn es so schildernde Farben sind. Da würde ich jetzt irgendeinen Ton nehmen, der so ein bisschen heller ist. Das kann in dem Fall auch so ein Weißton sein. Ich zeige es euch einmal. White Lies. White Lies. Und ich habe übrigens auch kein, der ist übrigens matt, keine Lidschatten-Base genommen. Frag mich nicht warum, ich benutze es einfach nicht mehr wie früher. So, und dann fange ich an ab Minute 226 mit dem blauen krassen Lidschatten. Soll ich es ganz, ob das ganze Lid machen, weiß ich jetzt wirklich nicht. Also wenn ich es jetzt im Alltag schminken würde, Leute, ich würde hier tatsächlich nur den Inner Corner schminken. Aktuell. Weil mir das jetzt einfach zu viel ist und ich bin gerade am strugglen, ob ich das jetzt komplett schminken soll oder nur den Inner Corner. Aber ich glaube, ich mache das jetzt einfach so, wie ich das tatsächlich jetzt geschminkt hätte, wenn ich jetzt 2022 hätte. Und das haben wir ja. Und da habe ich einfach nur ein Inner Corner Highlight gemacht. Total boring, ne, für euch, ja. Das heißt, ich habe hier nur so einen blauen Schimmer. Oh, das war doch ein bisschen viel, glaube ich. Das war ein bisschen zu viel. Ich nehme jetzt noch einen Braunton und zwar ist das jetzt hier Homecoming, auch von Makeup Geek. Ich habe einfach, glaube ich, heute Morgen die falsche Palette gegriffen und versuche das jetzt hier so ein bisschen auszublenden. So, schauen wir mal weiter. Das war es übrigens schon mit dem Augenmakeup, passt. Das ist mir zu viel, versteht ihr? Wenn ich jetzt hier voll draufknalle, dann habe ich ein blaues Auge und zufälligerweise habe ich heute auch noch blau an. Das ist wirklich nur ein Zufall gewesen. Okay, Eyelinerstrich ziehen. Kommen wir zum Thema Eyeliner. Da habe ich ja jetzt ein Problem. Ich war damals 22 und ich bin jetzt 36. So, ich habe einfach nicht mehr diese straffen Lider wie mit 22. Das ist einfach Fakt. Und das ist hier gerade ziemlich heiß drin. So, ich habe das Problem jetzt beim Eyeliner, dass dieses Lid hier komplett natürlich, es hängt. Ich glaube, das hängt tatsächlich mehr sogar als wie auf der Seite. Also ich habe zwei komplett unterschiedliche Augen und zwei komplett unterschiedliche hängende Lider. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich erstens immer auf der einen Seite schlafe. Ich schlafe auf der rechten Seite, glaube ich. Ja, recht, dass mein Gesicht einfach asymmetrisch ist. So, ich habe jetzt mit 36, muss ich euch sagen, erhebliche Probleme, mir einen Eyeliner zu ziehen mit einem Wing. Das funktioniert einfach bei mir nicht. Um das zu machen, bräuchte ich eine Lidstraffung. Ich wünschte mir es so sehr. Ich habe aber sehr Schiss davor. Ich sehe aber tolle Ergebnisse bei anderen Menschen. Warum? Nicht, weil dieses, also die Ansicht meiner Augenlider stört mich eigentlich so gar nicht. Aber ich möchte so gerne so tolle Looks schminken und ich kann einfach nicht, weil das hier so heftig hängt, habe ich das Gefühl. Ich probiere jetzt mal einen Eyeliner zu ziehen und ihr seht dann auch direkt, was ich damit meine. Ihr müsst bei einem, äh, bei hängenden Lidern und wenn ich jetzt komplett entspannt bin, sieht das bei mir so aus. Und genau so müsst ihr dann auch in den Spiegel gucken und dann hier einen Strich ziehen. Funktioniert einfach nicht. Guck doch mal, wie soll denn das gehen? Oder ich muss da hier über die Corner malen. Ich probiere es. Also ich könnte nur ein Babywing ziehen. Und dafür benutze ich übrigens von Catrice den Graphic Eyeliner Mikro Tip. Fällt mir sehr gut und ich ziehe den Eyeliner auch nicht mehr bis nach vorne. Schaut mal, wenn das so wäre, ist das einfach ein ganz anderer Schnack wie ohne. So, das wäre dann mein Babywing Eyeliner. Alles andere funktioniert gar nicht. Okay, sieht gut aus, aber probiere jetzt mal bitte das andere Auge genauso zu machen. Ist das eine Katastrophe? Es geht nicht. Guck mal, wie elongiert jetzt mein Auge aussieht. Richtig schön, ja, aber mehr geht einfach nicht. Hat jemand schon mal so eine Lidstraffung machen lassen? Also bin am strugglen, aber ich möchte so wenig wie möglich an meinem Gesicht machen. Ja, das wäre jetzt die Eyeliner-Variante bei mir. Ich muss ehrlich sagen, ich kann andere Leute besser schminken als mich selber. Kennt ihr dieses Sprichwort? Tell sie kend es so kühne, die käme es nicht, weil es beschämt. Genau so ist das, ich schwöre es euch. Mein Mann war letztens in der Werkstatt und hat das Auto gefahren von dem Typen, der die Werkstatt betreibt. Die Klimaanlage funktioniert nicht, die Sitze waren kaputt und und und. Und dann hat Sami zu dem Typen gesagt, warum machst du es denn nicht? Und dann hat er genau diesen selben Spruch gesagt. Was ich jetzt noch hier anders machen würde, ich konturiere auf jeden Fall meine Nase. Das ist das Cotton Contour von Mischa. Ich liebe diese Farbe, weil es nicht ein Braunton ist, wie ihr hier seht, sondern eher graustichig. Das ist mein Bronzer und das ist meine Kontur. Die mache ich dann auch immer mit den Fingern. So. Easy peasy. Nur so ein bisschen. Und ein bisschen Kontur. Mich hat hier letztens ein Mückenstich, also mich hat hier letztens eine Mücke gestochen, ja. Mitten im Gesicht und auf dem Fleck sieht man glaube ich immer noch, ne. So, jetzt habe ich hier noch einen kleinen Highlighter. Ich liebe Highlighter immer noch. Also da kann jeder sagen, was er will. Highlighter kann man einfach nicht ersetzen oder überspringen oder. Dann habe ich einen Kajalstift benutzt, auch von Essence Night Fever. Okay, Kajalstift. Kajalstifte benutze ich auch nicht mehr so wie früher. Aber wenn ich jetzt einen benutzen würde, dann nur so am äußeren Rand. Seht ihr, was das macht? Ich finde, mit so starkem Kajal sieht man älter aus, als man ist. Und deswegen versuche ich das so gut wie möglich eigentlich wegzulassen. Also es ist einfach nicht mehr mein Stil. Und in dem Video mache ich ja auch hier unten alles voller Lidschatten. Das ist auch nicht mehr mein Ding. Ich mache das ab und zu mal, wenn ich da Lust auf habe. Sieht auch toll aus, aber im Alltag würde ich das so nicht mehr nachschminken. Deswegen skippe ich jetzt diesen Step mit dem Eyeliner. Ab 6,21 klebe ich mir Wimpern auf. Leute, ich benutze so wenig wie möglich Fake Lashes. Ich weiß es nicht. Also ich hatte ja vor einer grauen Zeit Wimpernextensions drauf. Ich war damit super glücklich. Die sahen auch super natürlich aus, bis mir einer auf Instagram geschrieben hat, deine Gebetswaschung geht dadurch nicht so, also dein Voodoo, nicht so was. Und dann habe ich recherchiert und tatsächlich aufgrund des wasserfesten Klebers kommt an deine Wimpern ja kein Wasser mehr dran. Und deine Reinwaschung wird dann nicht akzeptiert. Und deswegen habe ich sie dann abgemacht und dann auch jetzt nicht wieder rangemacht. Aber es war eine heftige Erleichterung für mich. Aber ich benutze momentan tatsächlich ganz normale Wimperntusche. Und da liebe ich einfach momentan die Mascara von Deloria mit der Wimpernzange in Kombi, ihr Süßen. Weil ich habe das Gefühl, die funktioniert auch nur hiermit. Aber ich wünschte, es würde die in einer wasserfesten Version geben. Das wäre so geil. Ihr seht auch, das hat einfach eine ganz andere Tuschtechnik. Ganz langsam, um wirklich jede Wimper zu erwischen. So, gucken wir mal weiter, was Madame Ebrou hier mit 22 getrieben hat. Dann tuscht ihr eure unteren Wimpern. Tusche ich nicht mehr. Oh, ich habe gerade ab. Lippen. Ich habe mein Nanik-Hit. Leute, der Rest, also da ist nicht mehr viel. Ich umrande jetzt meine Lippen einmal. Ich kann auch noch ein bisschen ausmachen. Ihr seht, das ist eine komplett andere Farbe. Scheiße. Ja, egal, müssen wir jetzt mitleben. Dann benutze ich regelmäßig irgendein Banana Lipstick. Ich habe seit zwei Jahren, glaube ich, keine Banana Kooperation mehr. Aber ich liebe die einfach total. Die funktionieren bei mir richtig gut. Und dadurch, dass ihr einen Lip Liner gezogen habt, wirkt die ganze Lippe einfach komplett anders. Auch wenn ich jetzt hier einen kleinen Farbunterschied habe zwischen der Seite und der, wisst ihr Bescheid. Lassen wir das kurz antrocknen. Dann kommt noch der letzte Step. Und zwar habe ich hier von Nimya ihre neuen Lipglosse. Und zwar ist das die Farbe She Said What. Genau, das ist so ein, ach ich liebe einfach solche Töne. Und das verleiht deinen Lippen auch nochmal eine extra Dimension. Das sage ich hier, schau. Shiny, shiny. Also wir sind ja 2022 ein bisschen weg von matt und eher ein bisschen auf shiny. Habe ich das Gefühl. Also ich glaube, die Farbe kombiniert jetzt mit dem Augenmake-up passt jetzt nicht 100%. Leute, ich hätte sogar noch einen helleren Ton gewählt. Aber ich habe jetzt hier nicht so viel Schminke dabei, um das Ganze zu machen. Und das, Leute. Das, Leute. Ich struggle noch mit meinen Haaren. Ich habe die selber geschnitten. Leute, ich muss unbedingt zum Frisur und dem einen Cut verteilen, weil das so einfach scheiße wirkt. Last Step. Setting Spray, das ist hier von Elf. Mag ich. Um das Ganze nochmal ein bisschen zu setten. So, und das wäre jetzt mein Mickey Blue Eyes 2022 Edition. Leute, das ist so krass. 14 Jahre YouTube. Ja, die Leute, die mich mit 15 geguckt haben, sind heute mittlerweile wie alt dann? 29 bis 30. Also wenn mir einige schreiben, meine Kindheit ist mit dir sozusagen, ist das schon so krass, Leute. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt mir gerne irgendwas. Ich freue mich über alles und würde mit meiner geilsten Abschlussklausel jetzt das Video beenden. Ciao, Kakao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.